Nein, ich habe mir fest vorgenommen, den Rasen dieses Jahr nicht zu stressen, viel, viel weniger zu stressen, wegen der Festuka. Machen wir nicht. Ich habe es getan, ich habe gemäht. Ich habe den Hebel runtergedrückt. Ich konnte nicht aushalten. Der Gude sagt, man lasst das, lasst das, lasst das zu früh, so kalt, nein. Und der andere, der andere, ach komm, ich will das jetzt wissen, jetzt komm, zieh durch, nee, das ist so geil. So, lieber Anfix, jetzt suchen wir mal den Bad Boy raus, wie das der Simms immer sagt, und bürsten erstmal die Rasenfläche über. Es ist immer noch schweinig kalt. Es sind gerade mal so acht Grad. Acht Grad. 29. März. Irre. Er war ein Fix. Dann herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Ratenfreak. Und ab geht's. Ausatmen. 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 absoluter Wahnsinn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020